. Laub zusammenkehren. Bösam und langwierig. Aber nicht mehr lange. Man braucht eine Bauplane und ein Seil. Erst mal ein laubfreies Plätzchen schaffen und die Plane ausbreiten. Mit Steinen beschweren und das Laub auf die Plane kehren. Der Vorteil? Es muss nicht mehr jeder Haufen einzeln entsorgt werden. Jetzt das Seil durch die Ösen ziehen und die Steine entfernen. Festgezurrt kann das Laub ganz einfach im Sack abtransportiert werden.